Ja Leute, willkommen zurück zu Darksiders. Ich bin hier schon mal von dort drüben hier rüber geankert, kettet. Und wir gucken jetzt einfach nochmal. Irgendwo hier muss ja noch was sein. Warte mal, bist du eine Etage tiefer? Wie komme ich denn da drüben hin? Ja, voll gut. Ja, siehst du, den habe ich schon mal ganz vergessen gehabt. Den Spot hier. So, hier war ein Teil der Abgrundrüstung drin, die wir ja schon tragen. Okay, wir können aber eine Truhe, falsche Taste, wir können aber eine Truhe abhaken. So, wie kommen wir denn jetzt an die? Oh, gucken wir doch mal. Da kommen wir ja so nicht rein. Wie kamen wir denn da hin überhaupt? Und so. Weißt du? Das ist hier doch irgendwo so ein Spot und ich sehe ihn nicht. Holy shit. So, da oben sind wir ja angekommen quasi. Genau, als wir die Kletterpassage gemacht haben. Das muss aber eine Etage unter uns sein. Kommen wir hier eine Etage runter? Theoretisch ja. Praktisch nein. Okay. Das heißt einmal tatsächlich irgendwie den Weg komplett zurück. Aber hier kommen wir auch nirgendwo anders hin. Was zum Teufel? Ah. Wow. Wow. So, hier war das irgendwo, ne? Wo ist denn hier noch eine Truhe, bitte? Ähm. Was zum Henker? Das ist die Seelentruhe. Die wir irgendwie irgendwo mal gesehen haben. Das ist gerade schwieriger. Schwieriger als... Geplant! Die ganze Geschichte hier. Hier ist die... Von hier kommen wir da auch nicht hin. Das muss schon irgendwie... Irgendwie... Hmm... Ich verstehe es nicht. Entschuldigung, es tut mir leid. Bin zu blöd dafür. Ich hoffe nicht, dass das ein Bug ist, den ich hier hinterher jage. Denn das wäre irgendwie nicht so geil. Aber ich weiß, dass wir irgendwo noch... ...ne Seelentruhe gesehen hatten. Durch irgendeinen Spalt, die ich, glaube ich, noch nicht geholt habe. Ich weiß aber nicht, ob die das ist. Um ehrlich zu sein, weiß ich nichts. Ich weiß, dass wir die Nase juckt. Kein Plan. Absolut keine Peilung. Das ist der direkte Weg zu Silitha. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass wir nichts Wichtiges vergessen haben. Außer eventuell ein paar Seelen. Aber das will ich halt auch ehrlich gesagt nicht auf mir sitzen lassen. Ganz einfach. Ganz einfacher Grund. Der Dungeon wird mich nicht besiegen. Nein. Nein, bitte ich nicht. Ich gehe weg. Nein. ich möchte das mal runterfahren ich glaube dann haben wir ein bisschen einfacheren weg ja ja ich möchte hier raus da möchte ich hier lang hier ist ein save point dieses backtracking macht mich fertig das macht mich total fertig geht weg ihr scheißviecher ich möchte nicht mit euch spielen krieg hat dazu keinen bock großer raum der uns aber auch nicht zu den truen da führt die drei truen die äh nö einfach nö so meine güte einmal zurück zum anfang schwere geburt aber mitnichten unnötig denn unser zorn ist wieder voll und das bedeutet schon eine ganze menge so jetzt haben wir eigentlich nur noch was ist denn das dann noch für eine truhe alter mein magen ich glaube ich sollte was essen ich nehme auch schon wieder seit ewiger zeit auf weil es einfach so ein fehl macht dieses spiel es macht so einen spaß auch wenn wir hier also hinten die truhe ehrlich gesagt weiß ich nicht welche das sein soll und wie wir da hinkommen sollen genau hier drüben die truhe rechts ist die seelen truhe die ich meinte die wir schon irgendwie irgendwo mal gesehen haben wo wir aber jetzt so noch nicht hingekommen sind ach ne das ist gar nicht die seelen truhe hier war nämlich auch noch so ein ach hier ist auch noch so ein spot ach von hier aus von wegen seelen truhe besessenheit ist jetzt nicht so wichtig also viel wichtiger ist dass wir nur noch zwei gefäße brauchen quasi also zwei gegenstände dann haben wir das auch komplett gut dann bleibt jetzt nur noch hier die problem truhe ja ich glaube beziehungsweise hoffe die kriegen wir auch noch also von hier kommen wir jetzt natürlich nirgendwo dran ne da brauche ich eins viel zu weit weg genauso wie die okay das heißt hier wieder zurück aber das war doch noch wichtig und die letzte truhe tja die letzte truhe die ist ein echtes problem die ist ein echtes problem die ist ein echtes problem ich möchte gerne warum hält er sich da nicht fest hallo boi was soll ich machen alles klar ich hinterfrag das einfach nicht ne wir lassen uns einfach mal so stehen freuen uns und wo ist diese letzte truhe das gibt es doch gar nicht da dir wird doch ja nicht ach die war ja ganz da hinten wenn wir jetzt den ganzen weg irgendwie nochmal laufen ne war ja was hmm hmm diese letzte truhe ist mir keine ruhe ich suche sie wie blöde doch das ergebnis ist voll öde geht doch alle weg und nervt mich nicht nein ich will die Tür aufmachen lass mich ich will die Tür aufmachen ich will die Tür aufmachen ich will die Tür aufmachen wie komm ich an dich ran wie komm ich an dich ran sehr sehr seltsam sehr seltsam sehr seltsam sehr seltsam sehr seltsam von da drüben kommen wir aber auch nicht irgendwie dahin ne okay ich glaube fast dass ich die Truhe einfach truhe sein Ich habe auch nicht den blassesten Schimmer, wo die noch sein könnte. Aber nicht, dass wir da von hier irgendwie noch rankommen. Hier war nur eine Seelentruhe. Die ist hier unter uns. Da ist sie. Immerhin weiß ich, es ist kein Bug. Ich sehe sie. Nur weiß ich, habe ich null Peilung, wie ich da hinkommen soll. Alter, ist es so? Alter. Oh, oh Gott. Oh Gott. Ich komme mir... Ich komme mir benutzt vor. Ich komme mir zur Schau gestellt vor. Es ist kein schönes Gefühl. Ich fasse es ja nicht. Komme ich jetzt von hier nicht einfach wieder zurück? Komme ich hier hoch? Ja, ich möchte hier hoch. Meine Güte, diese Truhe. Ich werde ja nicht fertig drüber. Hauptsache erstmal... Nein. Hauptsache erstmal wüstende Gegend haben gedasht. Ja, das ist wichtig, Schätzelein. So, von hier aus. Hier sind wir da jetzt wieder. Im Räumchen, von wo aus wir... Ja. Zu Silitha kommen. Dann werden wir nämlich jetzt... ...mit diesem Dungeon abschließen. Zum Glück. Die Truhe war auch... Ich habe es ja ehrlich gesagt erwartet. Die war total unwichtig und vollkommen rille. Weil wir... Weil unser Zorn voll war. Aber der Vollständigkeit halber war jetzt ein bisschen langweilige Folge mit Backtracking im Dungeon. Aber dafür haben wir alles... Alle Truhen abgeräumt, die wir abräumen können. Hoffentlich finde ich jetzt nicht nur eine. Die Truhe vor Silitha, wie gesagt, da ist eine Lebensruhe. Und die Truhen hier... Die Truhe und das Artefakt, der kriegen wir auch noch. Gut, dann... Beim nächsten Mal direkt zu Silitha. Und wir bringen dann das Herz zu Samael. Und dann gucken, wie es weitergeht. Da müssen wir auf der Map ein bisschen Backtracking machen. Weil wir ja auf der Kreuzung schon gesehen haben, dass wir mit der Abgrundkette was anstellen können. Wir haben... Wie hieß denn dieses grüne Gebiet? Fällt mir gerade nicht ein. Da haben wir auch schon gesehen, dass wir da mit der Abgrundkette noch einiges holen können. Und das werde ich natürlich, bevor wir hier weitermachen im Spiel, alles tun. Das heißt, ich vermute, nach Silitha und der Abgabe des Herzes bei Samael wird es auch nochmal 1, 2 Folgen geben, wo wir nochmal in die verschiedenen Gebiete zurückgehen. Im Optimalfall nur eine. Wir schauen mal. Und in den Flangenlöchern können wir auch endlich was holen. Das und vieles mehr in der nächsten und übernächsten Folge. Bis hier sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.